Ich bin überzeugt davon, wenn ich seine Leistung richtig einschätze, dass ich ihm nicht Unrecht tue, wenn ich ganz einfach sage, seine große Leistung hat darin bestanden, dass er nie versucht hat, die Wirtschaft zu führen, sondern jeden, der wirtschaften wollte, Hindernisse aus dem Weg zu räumen, Freiheit zu geben, nach dem Motto, wenn du willst, kannst du erfolgreich sein, du musst dich so betätigen, du brauchst Initiative, und du musst arbeiten. Er hat Bremsklätze weggeräumt und hat die Freiheit zum Inhalt des Wirtschaftens gebracht. Das ist seine Leistung.